Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts. Episode Nummer 37 und es freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr euch den Podcast runtergeladen habt oder euch auf YouTube dazugesellt. Es freut mich jedenfalls wie immer und es freut mich natürlich auch, wenn ihr zum entsprechenden Thema auch immer wieder was in die Kommentare schmeißt und eure Meinung dazu kundtut. Denn das finde ich immer ganz spannend, dann auch vielleicht so ein bisschen einen Widerstand zu spüren oder vielleicht auch eine Zustimmung, wie auch immer, was euch eben bewegt. Und wie gesagt, das freut mich sehr, wenn ihr da in die Kommentare schreibt, was ihr zu den Themen XY denkt. Und heute, heute sprechen wir über das Thema unsere kleine Farm und keine Sorge, wir sprechen nicht über die Serie, aber ich fand, es war ein sehr passender Titel oder es war ein sehr netter Aufhänger für das heutige Thema. Ich möchte heute nicht über irgendwelche großen gesellschaftskritischen Dinge sprechen, ich möchte heute nicht die große Philosophie zerbrechen, herunterbrechen oder sonst was. Ich möchte mich heute mit den, ja, mit den kleinen Dingen des Lebens beschäftigen, mit dem eigenen Ich, ohne jetzt zu sehr über mich philosophieren zu müssen oder so zu viel über quasi meinen Tag erzählen zu wollen. Es ist viel interessanter, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die man sich manchmal einfach nur wünscht oder vorstellt. Denn die Wünsche, Träume und Vorstellungen, die wir Menschen mit uns mitführen, die sind meistens ein sehr, sehr gutes Abbild von dem, wer wir gerne wären oder worauf wir hinarbeiten. Denn es ist ja nicht gesagt, dass man immer nur einen Traum hat, der sich niemals erfüllt, sondern es gibt ja viele Leute, die einfach für ihre Ziele und Wünsche auch sehr viel und sehr hart arbeiten. Sportler beispielsweise machen das für ihren Leistungssport und für ihre Disziplin und für den Wettkampf. Andere Leute machen das für ihre Karriere im Sinne einer Beförderung. Und wieder andere machen es einfach nur, um vielleicht in ihrem Garten irgendwelche Blumen zum Wachsen zu bringen, die voll hartnäckig sind, ihr bei uns vielleicht zum Wachsen zu bringen, wie auch immer. Wir alle haben so unsere kleinen und großen Wünsche und Träume und das ist ganz, ganz großartig. Und noch viel großartiger ist es natürlich, wenn diese Träume und Wünsche dann am Ende des Tages auch in Erfüllung gehen. Einer meiner Träume und Wünsche, ohne dass jetzt vielleicht, vielleicht ist Träume und Wünsche ein bisschen zu viel gesagt, aber einer meiner Gedanken, die ich manchmal habe, wenn ich so auf meinem Balkon sitze und nach oben auf den Berg schaue. Aber auch in anderen Momenten, in denen ich vielleicht irgendwo in den Bergen bei einer Alm sitzen bleibe und mich einfach umschaue und die Tatsache genieße, dass es einfach nichts ist. Und dass einfach kein Mensch vielleicht gerade da ist, vielleicht aber auch einfach kein Lärm, kein Ton, keine, keine, ich sage jetzt mal Zivilisationsmelodie, also die Autos und die Industrie und so weiter. All das fällt weg und plötzlich sitzt man da in so einer Stille, die irgendwo ganz ungewohnt ist, aber auch irgendwas Schönes hat und nicht unbedingt beklemmend sein muss. Für manche Leute ist ja dieses Stillsein auch schon ganz, ganz schwierig und wenn man mir beim Podcast zuhört, dann könnte man meinen, dass das für mich auch schwierig ist. Aber ganz im Gegenteil, eigentlich ist es fast der perfekte Ausgleich zu dem, was ich sonst tue, nämlich oftmals einfach nur da sitzen und beobachten und überlegen und nachdenken, was ich aus den Situationen heraus lernen kann, die ich gerade erlebe. Und gerade in der Stille ist das irgendwie was Besonderes, was Spezielles. Und wenn ich hier so auf einer Alm sitze oder wenn wir jetzt vielleicht mal gemeinsam einen Ausflug in unserem kleinen Gedächtnispalast in die Welt der Almen machen und hier auf einem Berg sitzen und in der Wiese sitzen und uns umschauen und einfach sehen, wie am anderen Ende des Tals vielleicht wieder ein neuer Berg hochragt und eine neue Weide. Und auf unserer Seite, da geht es nach oben nochmal einige, vielleicht tausend Höhenmeter und wir sehen Felsabbrüche oben, wir sehen das Gelände wird einfach immer rauer, je höher man kommt. Und weiter unten ist es grüner, es ist saftiger, es wirkt alles etwas lebendiger. Aber dieses tote Oberhalb, das hat schon irgendwie etwas Faszinierendes, aber gleichzeitig auch etwas Abschreckendes. Diese ganze Szenerie ist eigentlich spannend, denn wir sehen, wenn wir gerade auf einer Bergarm beispielsweise sitzen oder vielleicht in der Mitte einer Bergtour mal stehen bleiben und innehalten, dass wir zwischen zwei Welten wandern. Und das ist etwas, was wir uns öfter bewusst machen müssen, denn wir sehen auf der einen Seite unten im Tal das Leben, wir sehen die Menschen, wir sehen die Autos, wir sehen die Zivilisation und wir sehen, dass da unten eine Zeit läuft und gegen die viele Mechanismen arbeiten oder vielleicht auch mit der viele Mechanismen arbeiten. Blumen wachsen mit der Zeit, Menschen fahren mit der Zeit und kommen von A nach B, Menschen versuchen produktiv zu sein und so weiter. Alles orientiert sich sehr stark an der Zeit. Wenn wir nach oben blicken, dann sehen wir, dass nichts passiert. Dieses tote Gelände, diese Energie, die eigentlich gar keine Energie mehr haben zu scheint, die ist etwas ganz anderes. Sie wirkt so leblos, dieses Gelände, die schroffen Felsen, all das wirkt irgendwie sehr ausladend. Es wirkt nicht so, als würde man da oben irgendwas von Leben erkennen. Niemand hat das Bedürfnis, da oben zu sein im Sinne des Seins für sich selbst, sondern vielleicht um die Aussicht zu genießen, um einen Gipfel zu besteigen etc. Aber es wirkt nicht so, als wollte man da sein Leben oben verbringen in einer schroffen, felsigen Landschaft oder auf einem Gletscher. All das hat ausladende Eigenschaften und das merkt man auch einfach an der Tatsache, dass hier nichts mehr wächst oder nur mehr sehr wenig und es auch nicht mehr viele Lebewesen gibt, die sich da oben wohlfühlen. Vielleicht kommt hin und wieder noch ein Vogel vorbei und versucht, das ein oder andere Eck vom Müsli-Riegel sich abzuzweigen, aber im Prinzip war es das dann auch schon. Und wir in der Mitte, wir zwischen diesen zwei Welten, wir stehen jetzt in einer sehr speziellen Welt, denn auf der einen Seite haben wir die Möglichkeit zu beobachten. Wir sehen, wie oben sehr wenig passiert und unten sehr viel und das alles aber eigentlich im Umkreis von einem oder zwei Kilometern stattfindet. Und gerade wenn man in Bergen ist, die vielleicht sehr nah an Städten dran liegen, finde ich das immer ganz besonders spannend, diesen extremen Kontrast zu sehen. Und wir stehen jetzt in einer Welt, die weder das eine noch das andere ist. Und ich glaube, das ist es, was wir uns vielleicht öfter bewusst machen müssten. Wir stehen in einer Welt, die zwar auf die Normen und Mechanismen der Zivilisation unten im Tal angewiesen ist und vielleicht auch irgendwo davon leben muss, aber auf der anderen Seite noch nicht so tot ist und noch nicht so leblos, dass wir uns zu der oberen Welt dazuzählen könnten. Hier können wir gerade noch so leben. Wir können, naja, vielleicht auch vegetieren, aber das ist es ja gerade, was es ausmacht. Die Vegetation, die gedeiht hier noch zumindest in einem sehr rudimentären Ausmaß und sehr fundamental zwar schon, aber im Prinzip können wir uns nicht das Gleiche erwarten wie unten im Tal. Das bedeutet, wir müssen mit weniger auskommen, aber nicht mit nichts. Wir balancieren in einem Prinzip des Minimalismus, den die Natur vollkommen natürlich hergibt. Es ist nichts, was wir uns selbst geschaffen haben. Das unterscheidet zum Beispiel den Minimalismus des Mittelgebirges ganz stark von dem Minimalismus der Zivilisation. Schließlich müssen wir uns hier heute in unserer übersättigten Wohlstandsgesellschaft sehr wohl selbst reduzieren. Wir müssen uns selbst diese Regeln auferlegen, um nicht im Überfluss zu ersticken. Deshalb ist diese Art des Minimalismus spannend. Es ist nicht so minimalistisch, dass nichts mehr da wäre. Wenn wir in die obere Bergwelt schauen, in die schroffe Berglandschaft mit vielen Felsen und Eis, da sehen wir, dass Minimalismus nicht mehr stattfindet. Denn minimalistisch wäre in der Zivilisation, wenn wir noch ein Bett und vielleicht noch ein Buch haben. Aber hier hätten wir dann, wenn man das auf die Zivilisation übertragen wollte, nicht mal mehr das. Wir hätten dann quasi nur noch die Brücke. Das würde dem Minimalismus oder dem Prinzip dahinter nicht wirklich entsprechen. Deswegen finden wir uns gerade in dieser Welt des Mittelgebirges, irgendwie in diesem Prinzip des Minimalismus wieder, des vollkommen natürlich vorkommenden Minimalismus. Und jetzt wird es für mich spannend. Jetzt werden hier meine Gedanken zu diesem Thema auch nochmal vielleicht etwas konkreter. Wenn ich hier also mit euch zusammen auf einer Alm sitze, dann bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, aber ich tue es, der Einzige, der denkt, dass es doch schön wäre, in dieser Welt irgendwie zu leben. Es gibt Menschen, die sich dem Bergbauerntum angeschlossen haben. Die sagen, ich bin ein Bergbauer, ich habe das vielleicht auch von meinem Vater, meiner Mutter, von meinen Großeltern übernommen und möchte das weiterführen. Ich züchte die Schafe oder die Kühe und halte die oben am Berg, zumindest im Sommer, treibe sie dann im Herbst, so wie es jetzt ist, teilweise schon ab. Und dann leben die unten im Tal und dann nächstes Jahr geht es wieder hoch und ich lebe von Milch und Fleisch und Co. Und vor allen Dingen natürlich auch von der Förderung, dass wir hier Landschaftspflege betreiben, oder diese Menschen, die Bauern, die Bergbauern, Landschaftspflege betreiben. Und das ist alles ein wahnsinnig, wahnsinnig wichtiger und wertvoller Beruf. Es handelt sich hier nicht nur um Leidenschaft, obwohl ich glaube, dass es trotzdem noch viele Bergbauern gibt, die das durchaus aus Leidenschaft betreiben. Interessant wird es für mich deshalb, weil ich der Meinung bin, dass wir auf der einen Seite natürlich eine Berufung haben sollten, etwas, was wir aus Leidenschaft tun. Arbeit, die für uns nicht wirkt wie Arbeit. Ich glaube, das Sein eines Bergbauern ist es zwar, das durchaus als den Brotberuf anzusehen, aber es trotzdem gerne zu machen, weil man sonst wahrscheinlich in einem Beruf wie diesem umkommen würde. Der Bergbauer arbeitet sieben Tage die Woche. Der Bergbauer hat auch nicht unbedingt die Möglichkeit, sich Urlaub zu nehmen, wann er will. Der Bergbauer hat eine unfassbar große Verantwortung, dass sich viele Menschen, die diesen Beruf nicht ausüben, auch nicht bewusst sind. Sie sehen nicht, dass dieser Mensch natürlich eine gewisse emotionale Bindung zu den Tieren hat, auch wenn manche natürlich sagen, dass es für sie nur ein Produkt ist. Aber am Ende des Tages, wenn man mit einem Schaf oder mit einer Kuh längere Zeit zusammenlebt, dann ist es natürlich hart, wenn die dann vielleicht irgendwo an einem Metallstück stirbt oder so. Also das ist alles insgesamt nicht so einfach zu betrachten, als jemand, der in der Zivilisation sitzt und mit diesen Menschen nicht so viel Kontakt hat. Und in diesem, in Bezug darauf, möchte ich auch gleich mal klar sagen, ich bin ja auch schon drauf und dran, mal zusammen mit einem Bergbauern über dieses Thema zu sprechen und ihnen vielleicht einen tieferen Einblick geben zu lassen, was eigentlich das Bergbauern-Tum so mit einem Menschen macht und warum man das macht und vor allen Dingen, warum viele Leute vielleicht etwas mehr Respekt vor diesem Beruf haben sollten. Spannend ist das eigentlich deshalb für mich persönlich, weil ich es auch immer wieder mal mir denke, ach, ich wäre irgendwie schon gern hier oben zu Hause. Stellt ihr euch das nicht auch manchmal vor, das könnt ihr mir übrigens sehr, sehr gerne per Mail oder an die in die Kommentare schreiben, stellt ihr euch nicht auch manchmal vor, dass es wahnsinnig interessant wäre, da oben zu sitzen und zu wissen, oh, die Sonne geht unter, aber ich muss heute nicht mehr absteigen, denn ich bin schon zu Hause. Das ist ein Gedanke, mit dem ich mich persönlich, vielleicht auch deshalb, weil ich hier in den Bergen wohne und sie eben ständig um mich habe, viel öfter konfrontiert bin, als ich das dachte. Und jetzt könnten vielleicht viele Leute sagen, ja, ja, der von der Alpenacademy, der hat ja hier diese Städterromantik, der will sich das ja irgendwie nur schönreden, der weiß ja gar nicht, wie viel Arbeit das ist und der kann sich das ja überhaupt nicht vorstellen und der glaubt, das ist alles nur schön und man sitzt dann da irgendwo auf einem Hügel und genießt jeden Abend den schönen Sonnenuntergang und dabei hat das überhaupt nichts mit der Realität zu tun und das stimmt, es hat tatsächlich nichts mit der Realität zu tun, aber was man eben nicht vergessen sollte, ist, dass ich das auch tatsächlich ganz gut einschätzen kann. Durch meine viele Zeit, durch die viele Zeit, die ich in den Bergen verbracht habe, habe ich durchaus auch sehr, sehr viele Bergbauern kennengelernt. Ich habe mit vielen Leuten geredet, die in diesem Beruf arbeiten, die in dieser Branche quasi tätig sind, egal ob als der Bauer selbst oder vielleicht auch einfach nur als der Helfer, der zweimal im Jahr hochkommt und bei der ein oder anderen Arbeit hilft. Ich habe Leute kennengelernt, die Zäune aufstellen müssen, Weidezäune installieren und Co. Ich habe Leute kennengelernt, die Hütten und Unterstände für Kühe bauen. Diese Menschen haben alle spannende Geschichten zu erzählen und sie desillusionieren einen sehr stark von dieser Idee, dass das Bergbauern-Tum eine romantische Angelegenheit ist. Der Bergbauer betrachtet aber, wenn man das jetzt mal ganz hart mit dem typischen Bauern unten in der Landwirtschaft betrachten möchte, vergleichen möchte, betreibt hier nicht einfach nur Ressourcenverbrauch, Aufbau, Abbau und Wiederverbrauch, sondern er macht hier viel mehr. Der Bergbauer beschäftigt sich viel intensiver mit der Natur, weil er zu 100% davon abhängig ist. Die meisten Bergbauern leben von der Viehwirtschaft. Ein Vieh kann man nicht einfach zu Tode düngen, ein Vieh kann man auch nicht einfach irgendwo stehen lassen und aufpäppeln, sobald man es wieder braucht. Und ein Vieh braucht im Prinzip immer deutlich mehr und deutlich individuellere Pflege als Gerste. Sage ich jetzt mal so ganz hart. Und ich weiß, viele Bauern würden mir da jetzt nicht zustimmen, die unten in der Landwirtschaft mit Gerste arbeiten. Und ich weiß auch, dass die Landwirtschaft per se ein viel komplexeres Thema ist, als einfach nur einmal irgendwo drüber sehen, ernten und fertig. Aber trotzdem ist der Bergbauer hier in einem sehr anspruchsvollen Beruf, wenn man mal so drüber nachdenkt. Zunächst mal arbeitet er in einem Feld, das sehr menschenfeindlich ist, aber nicht zu feindlich, um es ihm komplett unmöglich zu machen. Wir haben zu Beginn über diese drei Zonen gesprochen, die ich für mich im Gebirge entdeckt habe. Diese Zivilisation, diese obere Berglandschaft, das Hochgebirge, das vollkommen lebensfeindlich ist. Und dann irgendwo diese Zwischenwelt. Sie ist kühl genug und warm genug zugleich. Sie ist irgendwo ausladend und einladend zugleich. Und sie bietet aber vor allen Dingen auch den nötigen Platz, den die Menschen in den Tälern dieser Berge einfach auch nicht haben, um so eine große Wirtschaft halten zu können. Deshalb ist das eigentlich das perfekte Gebiet. Und diese Menschen sind Künstler. Sie sind nicht einfach nur Bauern. Sie haben eine Kunst damit entwickelt, sich mit diesen manchmal sehr lebensfeindlichen Umständen, Hagel, Neuschnee im August, sehr starken Niederschlägen und so weiter abzufinden und damit zurechtzukommen. Insofern sind sie nicht unbedingt Überlebenskünstler, aber sie sind definitiv Lebenskünstler. Denn nein, sie schaffen es nicht nur einfach zu überleben. Sie schaffen es auch aus dieser nicht sehr freundlichen Gegend auch noch einen Mehrwert, nicht nur für sich selbst im finanziellen Sinne, sondern auch für die Gesellschaft zu sehen. Wir freuen uns, wenn wir auf eine Alm kommen und dort vielleicht sogar bewirtet werden können. Vielleicht sogar hier nochmal in einer kleinen Gaststätte. Vielleicht sogar irgendwo nächtigen können oder einfach nur abends mal ein Bier trinken können. Wir freuen uns auch, wenn wir irgendwo auf einem Wanderweg vielleicht mal eine Kuhherde hinter einem Weidezaun sehen und sie vielleicht auch fotografieren können und uns freuen, dass wir einfach nicht so ganz die einzigen Lebewesen am Berg sind. Wir freuen uns auch, wenn wir hier und da mal eine Ziege oder ein Schaf am Berg sehen. Es ist etwas Besonderes und für den Bergbauern ist das so etwas Alltägliches. Das ist auch irgendwie etwas, was diese Zwischenwelt nochmal so spannend macht. Hier treffen dann wieder Menschen aufeinander, die ganz unterschiedliche Ansichten haben. Denn auch wenn vielleicht der Bergbauer nicht unbedingt dieses Vieh als Ressource betrachtet, ist es doch seine Lebensgrundlage. Und er hat jeden Tag damit zu tun und er sieht auch die Schattenseiten. Für uns als Besucher ist es fast schon eine kleine Attraktion. Natürlich ist es nicht so viel wert, wie vielleicht jetzt der Gipfel. Wir sind jetzt nicht unbedingt wegen einer Kuh oder wegen einem Schaf oder einer Ziege gekommen, sondern für einen Berggipfel. Aber es ist ein nettes, kleines, wie eine Dekoration, wenn man das jetzt mal so ganz gemein gegenüber dem Schaf sagen möchte. Es ist wie eine kleine, erfreuliche Nebensächlichkeit, die dann plötzlich bei der Bergtour passiert. Und all das macht eigentlich den Bergbauern zu viel mehr als einem reinen Landwirten. Selbst wenn er sich vielleicht manchmal selbst als so einen betrachten möchte. Außerdem darf man natürlich nicht vergessen, dass der Landwirt viel mehr Aufgaben hat, als einfach nur Vieh zu halten. Im Prinzip geht es hier dabei auch darum, dass seine Kühe Landschaftspflege betreiben. Also dafür sorgen, dass unsere Almen und Weiden auf den Bergen tatsächlich so aussehen, wie sie aussehen. In Wirklichkeit glauben viele Leute, dass die ganzen Bergwiesen genauso aussehen, wie sie aussehen, einfach nur, weil die Natur es so hergibt. Dabei ist das fatal falsch. In Wirklichkeit würde unsere ganze Bergwiesenlandschaft in einem Dickicht zerfallen. Und in Wirklichkeit wäre das sehr, sehr schlecht für unseren Boden, wenn hier einfach alles wuchern und sprießen könnte, wie es das nun mal tut. Also das ist auch definitiv belegt, dass wir hier von der Landschaftspflege der Tiere profitieren. Man kann natürlich drüber reden. Ist es richtig, Kühe zu halten? Ist es richtig, in Zeiten des Fleischkonsums, des Überbordenden, immer noch immer mehr Tiere zu halten etc.? Aber ich glaube, dass der Bergbauer ein wahnsinnig, wahnsinnig kleiner Teil, nämlich ein Promille ist, wenn es um diese Problematik geht. Deswegen sollten wir den Bergbauern nicht quasi dafür an den Pranger stellen für die Fleischindustrie. Das sind ganz andere Mechanismen, das sind ganz andere Größenordnungen, mit denen man sich hier konfrontiert sehen müsste, wenn man über dieses Thema mal sprechen möchte. Interessant finde ich aber trotzdem, dann diesen Gedanken da oben zu sitzen, wie gesagt, und mir zu denken, hey, ich bin jetzt tatsächlich zu Hause. Ich sitze da und schaue mir den Sonnenuntergang an und weiß gleichzeitig, ich habe einen sehr, sehr harten Tag hinter mir. Ich bin wahrscheinlich schon seit zwölf Stunden am Arbeiten und noch viel länger wach. Ich habe mich mit tausend verschiedenen Dingen beschäftigt. Vielleicht ging es einem Schaf nicht ganz gut. Vielleicht hatte ich irgendwo etwas Neues aufzubauen. Vielleicht ist irgendwo was kaputt gegangen durch Regenfälle und so weiter. Ich habe viel, viel zu tun. Ich muss schauen, dass all mein Vieh irgendwo auch beisammen ist. Ich muss schauen, ob die Weidezäune auch tatsächlich geschlossen sind, damit mir kein Vieh abhaut und so weiter. Ich habe unfassbar viel zu tun. Vielleicht muss man irgendwo auch das Heu schlägern. Es ist jeden Tag gibt es definitiv einen Zwölf-Stunden-Tag für einen Bergbauern. Und das oftmals eben sieben Tage die Woche. Wenn man das alles mal vergleicht mit dieser Welt in der Zivilisation, dann muss man sich schon fragen, warum wir uns als Bergwanderer manchmal denken, hey, eigentlich wäre ich auch gern hier oben zu Hause. Denn das sind alles keine schönen Vorstellungen, zwölf Stunden jeden Tag zu arbeiten, keinen Urlaub nehmen zu können, auch bei schlechtem Wetter draußen stehen zu müssen und so weiter. Das ist eigentlich alles nicht sehr romantisch, wenn wir uns ehrlich sind. Wenn man das zumindest mit der zivilisierten Welt vergleicht, dann muss man sagen, sind wir hier unten ja eigentlich arschprivilegiert. Warum sollte man sich das jetzt freiwillig wegnehmen? Ich glaube, wir Menschen haben eine Herkunft. Das ist jetzt wenig überraschend für die meisten, ich gebe es zu. Aber ich glaube, das geht viel weiter. Wir Menschen haben einen gewissen Ursprung, wo wir herkommen. Nicht nur im zivilisierten Sinne, sondern auch im evolutionären Sinne. Wie wir uns ernährt haben, wie wir unser Essen und unsere Nahrung beschaffen haben und wie wir uns organisiert haben gesellschaftlich. Das Bergbauentum hat in den Ostalpen, aber auch in den Westalpen eine sehr, sehr große Bedeutung. Das hat jetzt nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass es hier Hütten gibt, die bewirtet sind, sondern ich spreche auch und vor allen Dingen über die Bergbauern, die mit einem Wanderer per se überhaupt nichts zu tun haben, sondern sich tatsächlich nur um ihre Landwirtschaft kümmern. Ich glaube, dass wir Menschen schon ein gewisses Grundinteresse daran haben, uns selbst zu erhalten. Diese Werte und vor allen Dingen diese Mechanismen haben sich aber über die Jahrhunderte sehr stark in die Zivilisation verschoben. Wir können uns heute selbst erhalten, indem wir mit monetären Mitteln die Lebensmittel kaufen, die andere Leute produzieren. Die Menschen, die unsere Waren herstellen, die unsere Güter herstellen, das Weizen, den Mais, das Rindfleisch, die Wolle und so weiter, Das alles ist eigentlich nur noch eine Ressource, um wiederum sich mit monetären Mitteln selbst zu erhalten. Das ist etwas Absurdes, denn früher ging es eben andersrum. Früher brauchten wir dieses monetäre Mittel nicht, um uns selbst zu erhalten. Wir hatten diese Ressourcen als Erhaltungsmittel. Also wenn das ein Wort ist, ich bin mir nicht sicher. Aber es war eben, die Ressource allein hat für unser Überleben gereicht und das würde es theoretisch heute immer noch. Und ich glaube, dass es bei uns Menschen vielleicht doch irgendwo verankert ist, dass wir irgendwie von unserer eigenen Arbeit leben wollen und zwar sehr unmittelbar. Was wir heute tun ist, wir geben eine Arbeitsleistung ab und diese Arbeitsleistung wird entlohnt und damit kaufen wir uns dann, was wir eben wollen. Interessanter finde ich es persönlich, wenn man sich die Dinge tatsächlich erarbeitet. Und ich glaube, manche von euch können das nachvollziehen, wenn auch ich mir sicher bin, dass das nicht alle sind. Ich glaube, viele von euch kennen das vielleicht. Wenn man nicht, wenn man vielleicht jetzt zu Ikea geht und sich etwas kauft, ja dann ist das ganz nett und dann hat man ein Möbelstück in der Wohnung stehen. Aber viel spannender wäre es doch eigentlich, wenn man nicht dieses Möbelstück in der Wohnung stehen hat, sondern, dass man sich gerade bei Ikea geholt hat, sondern es selbst gebastelt hat. Vielleicht ist es nicht das allerbeste Möbelstück der Welt, weil man eben kein Profi ist. Aber ich glaube, es hätte einen viel größeren persönlichen Wert als beispielsweise eben das Ikea-Regal. Und ich glaube, so ist es oder zumindest so ähnlich ist es mit dem Selbsterhalt der Menschen auch. Oder zumindest bei mir. Ich glaube, es hat insgesamt viel mehr Wert, wenn ich meine Nahrung mir tatsächlich selbst erarbeitet habe. Und dabei rede ich nicht davon, dass wir jetzt selber wieder auf Jagd gehen sollen nach irgendwelchen wilden Tieren, sondern dass wir es einfach selbst in einem eigenen kleinen Kreislauf entdeckt haben, die Güter, die wir konsumieren, zuerst selbst aufzuziehen, selbst zu pflegen, dann selbst zu ernten oder zu schlachten, je nachdem, ob wir jetzt hier eben von einer Frucht sprechen oder von einem Tier und das dann zu konsumieren. Und dann haben wir hier eigentlich einen geschlossenen Kreislauf, ein Mini-Ökosystem. Und ich weiß ganz genau, natürlich funktioniert die Welt nicht so einfach, denn wir können auf dem Bergbauernhof eben jetzt keine Wassermelone züchten. Das ist mir schon klar. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass der Bergbauer heute ebenfalls deutlich urbaner ist, als das vielleicht noch vor 200, 300 Jahren der Fall war. Also der Bergbauer hat eben auch seinen 4-Wheel-Drive-Jeep und fährt damit eben ins Tal runter und holt sich die Ressourcen, die er braucht. Und das ist ja auch sein gutes Recht. Und das widerspricht ja auch nicht dem Grundgedanken. Denn ich glaube, der Bergbauer handelt eben, wie ich es vorher schon gesagt habe, aus einer intrinsischen Überzeugung heraus, dass er die Dinge so tut, wie er sie eben tut. Und natürlich mag es auf der einen Seite sicher auch Bergbauern geben, die das alles nur aus Ressource betrachten, die alle nur sagen, ich möchte damit Geld verdienen und fertig. Aber ganz ehrlich, seien wir uns mal wirklich ehrlich, dann gäbe es doch 10.000 Jobs, bei denen das einfacher ginge, als mit so einer Arbeit. Wer das tatsächlich nur für die Kohle macht und nicht aus einem gewissen Interesse heraus und aus einer gewissen intrinsischen Motivation, dem kaufe ich das einfach nicht ab, dass er dann bei diesem Job landet. Ja, vielleicht der Helfer, der Erntehelfer oder so, der macht das vielleicht wirklich nur für die Kohle, aber jemand, der sein ganzes Leben in diese Tätigkeit investiert, dem kaufe ich es nicht ab, wenn er sagt, er macht das nur fürs Geld und für ihn ist eine Kuh oder ein Schaf nur Ressource. Ich glaube, dann würde das so auch nicht funktionieren. Deshalb ist es aber auch so spannend, selbst darüber nachzudenken, wie es eigentlich für einen persönlich wäre, wenn man dann da oben sitzt und seinen eigenen kleinen Bauernhof hat und seine eigene kleine Landwirtschaft oben auf seinem Bergbauernhof. Und natürlich muss man darüber nachdenken, ob der Bergbauernhof alleine finanziell ausreicht, um sich über Wasser zu halten. Und da muss ich persönlich sagen, nach meiner Einschätzung, nein, das geht heute einfach nicht mehr. Wir haben es hier mit viel zu viel Konkurrenz und viel zu viel Massenindustrie und Großindustrie zu tun, die hier deutlich dagegen hält und definitiv am längeren Hebel sitzt. Gerade wenn man sich ansieht, wie vertraglich diese Bauern dann eingespannt werden durch so große Molkereibetriebe etc. Da gibt es ekelhafte Dokumentationen darüber, auch wie das hier abläuft, gerade bei YouTube und so. Auch im deutschsprachigen Raum ist das ganz, ganz schrecklich, wie Bauern eigentlich behandelt werden, selbst die Großen. Und natürlich hat der Bergbauer dann allein da einfach keine Chance. Insofern müsste man natürlich auch darüber nachdenken, wie man sich das finanziell eigentlich erlauben kann beziehungsweise ob man dann vielleicht nicht auch genötigt wäre, hier eine kleine Gaststätte oder zumindest einen kleinen Alm zu eröffnen, wo man dann vielleicht auch das eine oder andere Bier anbieten kann oder so. Das wird dann vielleicht auch notwendig sein. Und wenn man sich mit diesem Gedanken nicht anfreunden kann, dann muss man vielleicht auch ehrlicherweise sagen, ist der Bergbauernberuf dann doch nicht das Richtige. Denn ich glaube, wenn man etwas sein muss dann in den Bergen, dann ist es flexibel. Und das wissen wir einfach aus dem Bergsport, dass wenn irgendwelche Situationen eintreffen, mit denen man nicht gerechnet hat, dann muss man auch einfach mal Dinge tun, auf die man gerade eigentlich gar keine Lust gehabt hätte, wie zum Beispiel eben auch dann, wie beim Bergbauern auch, entweder eine Alm eröffnen oder sozusagen die öffentlich machen, aber auch die kleinen Dinge zu tun, wie zum Beispiel eben beim beschissensten Regenwetter rauszugehen und sich darum zu kümmern, dass es die Kühe oder Schafe trocken haben, in irgendeinem Unterstand beispielsweise. All das gehört irgendwo dazu. Und ich glaube, dass es, und das ist jetzt das Spannende und vielleicht auch das Kontroverse, aber auch das Ironische, ich glaube, dass der Bergbauernberuf deutlich, deutlich mehr Schattenseiten hat, als er Lichtseiten hat. Ich glaube, es gibt deutlich mehr Gründe, es nicht zu tun, als es zu tun. Und trotzdem, wenn ich bei einer, auf einer Alm sitze und quasi einer nicht öffentlichen Alm und dem Bergbauern vielleicht helfe oder ihn einfach nur ein bisschen beobachte bei der Arbeit, ihn und seine Helfer, dann ist es trotzdem etwas, wo ich mir denke, ich glaube, ich würde es trotzdem tun. Und wenn man jetzt über die Frage spricht, naja, warum tust du es nicht einfach, dann muss ich ehrlicherweise sagen, ich glaube, ich bin dafür zu doof. Also, das ist auch etwas, ich glaube, dass der Bergbauer wahrscheinlich ein unfassbar intelligenter Mensch ist und das jetzt abwertend zu meinen, ein Fachidiot ist. So wie ich eben der Fachidiot fürs Thema Einfachseile und fürs Thema, weiß, was ich bin oder Bergsteigen, Klettersteige, Klettern, whatever. So gibt es eben dann den Fachidioten für die Berglandwirtschaft und ich glaube, dafür bin ich einfach zu doof. Das gebe ich gerne zu. Ich erkenne mich mit dieser Materie eben überhaupt nicht aus und ich maße es mir nicht an zu sagen, dass man das ganz einfach lernen kann. Ich bin mir sicher, dass die Landwirtschaft ein komplexes Gebiet ist und ich bin mir sicher, wenn man mal drin ist in dem Thema, dann ist es auch ein 0815 Job im Prinzip, den man einfach abarbeitet. Aber ich glaube, der Beginn ist von vielen Fehlern geplagt und von vielen Erkenntnissen auch geplagt, die einem vielleicht mal wehtun, weil man irgendwas falsch gemacht hat oder irgendwo eine falsche Annahme getätigt hat und dann irgendwo eine schlechte Konsequenz dabei rausschaut. All das ist irgendwie spannend, wenn man so drüber nachdenkt. Denn ich finde gerade dieses Ausprobieren und gerade dieses Lernen finde ich persönlich sehr wertvoll und wichtig und gleichzeitig ist es natürlich in so einem Beruf, wo man auch finanziell natürlich schauen muss, wo man bleibt, dann sehr wichtig, diese Fehler auf ein Minimum zu beschränken. All das macht dieses ganze Berufsfeld irgendwie für mich spannend und einfach nur auf einem Bauernhof oder einem Bergbauernhof zu arbeiten mal, das ist tatsächlich gar nicht das, was ich so interessant finde, sondern ich finde es interessant, die Verantwortung für das große Ganze zu haben und zu sehen, mit wie vielen verschiedenen Hebeln man eigentlich auf so einem kleinen Fleckchen Erde unfassbar viel bewegen und verändern kann, um wie viele Dinge man sich sorgen muss und auch gerne liege ich einfach mal dann eher nachts im Bett und schlafe schlecht, weil ich mir Sorgen um meine Schafe mache, als dass ich hier zu Hause in der Zivilisation liege und eigentlich meinen Arsch im Warm habe und keine, ja, keine Sorgen haben muss und einfach gut schlafen kann. Tatsächlich ist es für mich persönlich immer interessanter, einen Ansporn zu haben, morgens wieder aufzustehen und Haars zu arbeiten, anstatt einfach nur herumzuliegen und mir zu denken, dass ich ausgesorgt habe. Das ist etwas, was vielen Menschen wahrscheinlich nicht gefällt und ich glaube aber persönlich, dass sich das in der Zivilisation eben über die Jahrzehnte, vielleicht auch die Jahrhunderte von selbst als Selbstläufer entwickelt hat. Ich glaube, wir haben gern heute den Arsch im Warmen und ich glaube, das war nicht immer so. Ich glaube, wenn jemand in der Großstadt München oder in Wien im ersten Bezirk sitzt und irgendwo in seinem Office sitzt und dann nach Hause fährt und von Tiefgarage zu Tiefgarage fährt und dann eben im vierten Stock in seiner 200 Quadratmeter Neubauwohnung aussteigt, dann glaube ich, dann ist das etwas, womit wir zufrieden sind, womit viele Leute zufrieden sind, auch mit dem Materialismus dahinter, dass wir einfach mal irgendwo in die Innenstadt gehen und uns einfach mal eine teure Uhr kaufen oder einen neuen Fernseher oder so, weil der alte ist schon wieder zu klein, nur noch 100 Zoll, das ist ja, da kann ja keiner was lesen auf dem Bildschirm. Also das alles, glaube ich, ist etwas, was sich irgendwie über die Jahrzehnte entwickelt hat und zum Selbstläufer geworden ist und vielleicht täte es manchen Menschen auch gut, diesen Materialismus mal fallen zu lassen und zu sehen mit wie einfachen, verdammt einfachen Mitteln der Mensch eigentlich überleben kann und vor allen Dingen mit wie wenig Mitteln, abgesehen von der eigenen Kraft, abgesehen von den eigenen Armen und Beinen, er eigentlich Dinge verändern kann auf einem Fleckchen Erde. Ich glaube, das ist es, was das Bergbauern-Tum für mich persönlich so interessant macht, dass man sehr viele Hebel in Bewegung setzen kann und sehr viele kleine Dinge passieren und man gleichzeitig unfassbare Verantwortung für ganz, ganz viele Dinge übernehmen muss und trotzdem irgendwo auch eine gewisse Naturverbundenheit hat und das zwangsweise durch den Beruf, den man sich damit ausgesucht hat. Man kann in der Zivilisation wahnsinnig gut gegen die Natur arbeiten. Das funktioniert unfassbar gut. Wir können Häuser irgendwo hinstellen und abdecken und dann ist es egal, wenn es regnet. Wir können U-Bahnen bauen, dann ist es egal, ob es draußen irgendwie zu nass ist oder sonst was, um vielleicht mit dem Auto zu fahren oder zu glatt. Wir können alles irgendwie beeinflussen, sodass wir von der Natur fast nicht mehr abhängig sind. Aber ich glaube, dass der Bergbauernberuf hier eine gewisse Demut lehrt, indem man plötzlich da sitzt und sieht, wir sind von der Natur hier vollkommen abhängig und wir müssen uns der Natur fügen und können nicht gegen sie anarbeiten. Denn der Bergbauer, der kann das tatsächlich als allerletzter mit seinen doch meist relativ einfachen Mitteln. Das finde ich persönlich sehr, sehr spannend an diesem Beruf. Dieses Anpassen an eine andere Umgebung und nicht immer nur alles sich selbst so lange anpassen, bis es einem selber passt. Das finde ich wirklich spannend. Mich würde auch sehr interessieren, was ihr zu diesem Thema sagt, was ihr davon haltet. Ich glaube, es gibt viele Leute da draußen, die sich auch schon mal gedacht haben, dass sie gerne irgendwo auf einer Alm wohnen würden. Und genau solche Gedanken würden mich wirklich interessieren. Ihr könnt mir da auch gerne mal längere Texte an kontakt at alpenacademy.at schreiben. Ich antworte da sehr, sehr gerne drauf und ich lese mir das noch viel lieber durch. Also bitte seid freisig, schreibt gerne auch einiges in die YouTube-Kommentare. Ich freue mich hier auf einen Austausch und ich freue mich da auch vielleicht auf eure Geschichten, was ihr da so euch schon mal gedacht habt, ob ihr auch schon mal auf einer Hütte oben wart und euch gedacht habt, ach, das wäre irgendwie cool, wenn ich hier auch meine Kühe und Schafe und Ziegen hätte, um die ich mich hier kümmern kann. Aber naja, vielleicht ist es auch nur meine Idee, mein Gedanke und ihr denkt da ganz, ganz anders. Wie gesagt, schreibt mir das gerne in die Kommentare oder per Mail. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal, bis Dienstag beim Hochschulenkurs oder bis Freitag mit einem neuen Ausrüstungsvideo oder vielleicht sehen wir uns auch erst wieder beim nächsten oder hören uns erst wieder beim nächsten Podcast kommenden Sonntag. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer noch eine wunderschöne Zeit und Berg Heil.